Herzlich willkommen beim FreeBSD Grundkurs. Heute wollen wir uns einmal ein wenig die Dateisystemrechte angucken. Und ich zeige mal ein paar Dinge, die wir heute machen werden, bzw. liste sie mal auf, und ein paar, die wir erst im fortgeschrittenen Kurs machen. Wir gucken uns heute verschiedene Befehle an. Zum einen ChangeMod, zum anderen ChangeOwner und den dazugehörigen Befehl ChangeGroup. Und noch ls-lh, oder bisher gesagt ls-l, um uns die einzelnen Rechte anzugucken. Das schauen wir uns heute an. Und folgendes ist dann für Fortgeschrittene, was wir uns nicht angucken. Das wäre dann setuid, setgid und das stickybit. Und wir gucken uns heute keine ACLs an, also keine Access-Control-Lists. Das sind dann doch ein bisschen komplexere Themen, die ich für den fortgeschrittenen Kurs aufheben möchte. So, wir wissen in der Regel, dass es normalerweise auf Dateisystemen oder auf regulären Dateisystemen Dateien und Verzeichnisse gibt. Das unterscheidet sich vielleicht noch. Bei manchen Betriebssystemen sind Verzeichnisse das gleiche wie Dateien, nur dass die anders behandelt werden. Bei wieder anderen wird das wieder ganz anders implementiert. Aber das ist auch völlig unabhängig. Wir loggen uns einfach mal in unser FreeBSD hier ein. Und dann wissen wir schon, wir landen, wenn wir uns eingeloggt haben, je nach User in unserem Home-Verzeichnis. Beim User-Root ist das in der Regel Slash-Root. Das ist natürlich auch immer änderbar, aber im Standard ist es Slash-Root. Dort sind wir und dieses Root-Verzeichnis hat verschiedene Dateien schon drin. Wenn wir uns die einfach mal mit minus L angucken, dann sehen wir hier schon 5, 6, 7 versteckte Dateien. Die fangen ja mal mit einem Punkt an. Da haben wir vorne die Berechtigungen. Das sind die Standard-UNIX-Rechte, die sich in drei Dreierblöcke teilen. Der aufmerksame Leser wird jetzt sagen oder sehen, hier ist noch ein zusätzlicher siebter einzelner Strich. Das zeigt immer an, ist es eine Datei oder ist es ein Verzeichnis. Wenn da ein D steht, statt einem Minus, ist es ein Verzeichnis, also ein Directory. Wenn da ein Minus steht, ist es eine Datei. Ich mache das mal exemplarisch, indem ich einfach mal ein Verzeichnis erstelle. Und dann sehen wir hier bei den Dateien ist ein Minus und hier ist ein D. Dann weiter schachtelt sich das dann oder begibt sich fort in RW', R', R', R'. Strich bedeutet, dass dort keine spezifischen Rechte gesetzt sind. Und R bedeutet im Englischen Read, das heißt, ich habe Leserechte. W steht für Write, das heißt, ich habe Schreibrechte. Das heißt, ich darf die Datei nicht nur lesen, ich darf sie auch bearbeiten. Und das dritte wären die Ausführenrechte. Die unterscheiden sich dann zwischen Dateien und Verzeichnissen. Wenn ich für ein Verzeichnis, und hier sieht man das, ich zoome mal ein bisschen ran, als Benutzer hier das Ausführenrecht habe, ich sage gleich noch, wofür die einzelnen Blöcke sind, das Ausführenrecht habe, dann darf ich reingehen. Also ich muss theoretisch oder praktisch auch für ein Verzeichnis immer Leserechte und Ausführenrechte haben, damit ich dort hinein wechseln kann. Wir zeigen, oder ich zeige das aber gleich noch mal genauer. Wir sehen aber, dass sich das hier wiederholt, und zwar teilweise unterschiedlich. Und zwar, der erste Block sind die Rechte für den Besitzer. Der steht auch hier an der Stelle. Das ist der Besitzer dieser Datei oder dieses Verzeichnisses. Der zweite Dreierblock, der hier wieder bei R anfängt, R minus X, der steht für die Gruppe. Das heißt, die Gruppe, der das Verzeichnis gehört, die ist hier zu sehen, das Wheel, die hat dann die folgenden Rechte, nämlich Lesen und das Verzeichnis Wechseln. Die sind dann kohärent zueinander. Und der dritte Block steht für letztendlich den Rest der Welt oder auch O, das heißt Other. Oder halt alle anderen Leute, die jetzt hier nicht dann aufgeführt sind. Auch die dürfen tatsächlich in dieses Verzeichnis momentan rein wechseln und sich den Inhalt angucken. So, wenn wir das soweit wissen, dann können wir jetzt anfangen, beispielsweise Verzeichnisse mit bestimmten Berechtigungen aufzubauen. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir erstellen ein Verzeichnis, das Server heißt. In dieses Verzeichnis dürfen erstmal alle Leute reingehen, aber es soll selber, ich gehe mal hier ins Höher, da sehen wir das hier, es soll selber vielleicht nicht von den einzelnen Leuten beschreibbar sein. Das heißt, wir können jetzt relativ einfach dort die Rechte auch wegnehmen. Und zwar, der Besitzer hier darf schreiben, die Gruppe darf nicht schreiben und der Rest der Welt darf auch nicht schreiben. Das ist so erstmal für uns in Ordnung. Gehen wir einmal rein, dann schauen wir uns das an und dann sehen wir, hier gibt es nichts drin. Und legen hier mal verschiedene Abteilungen an. Wir machen das mal wie in einer kleinen Firma. Zum Beispiel legen wir die Buchhaltung an, wir legen den Vertrieb an. Was gibt es noch? Legen wir noch die Produktion an. Dann sehen wir, dass wir dann drei verschiedene Verzeichnisse haben. Jetzt bräuchten wir am besten dafür auch drei verschiedene Gruppen. Legen wir einmal die Buchhaltung an, dann die Produktion und dann den Vertrieb. Den gibt es schon aus dem vorherigen Beispiel. Und jetzt möchten wir, dass, wenn wir uns das hier anschauen, diese einzelnen Verzeichnisse diesen Gruppen zugewiesen werden. Und das können wir mit zwei verschiedenen Befehlen machen. Entweder mit Change Group, das bietet sich dafür an, dann kommt die Gruppe, Buchhaltung, und dann das Verzeichnis, auf das wir es anwenden wollen. Dasselbe machen wir jetzt einmal mit Produktion noch. Die Gruppe und dann das Verzeichnis. Und dann schauen wir uns das schon mal an. Und dann sehen wir, dass alle Mitglieder, oder dass das Verzeichnis Buchhaltung, der Gruppe Buchhaltung gehört, und dass alle Mitglieder der Gruppe Buchhaltung, die wir jetzt noch nicht haben, in das Verzeichnis wechseln dürfen, aber darin noch nichts machen dürfen, außer, sie sind der Benutzerroute. Der darf, weil er die entsprechenden Rechte hat. So, es gibt noch einen zweiten Befehl, mit dem ändert man den Benutzer eines Verzeichnisses, also das hier. Damit kann man auch die Gruppe ändern. Das funktioniert letztendlich so, Benutzer, Doppelpunkt, Gruppe, und dann halt Datei, Verzeichnis. Wenn man aber nur die Gruppe ändern will, dann kann man statt Change Group auch Change Own und dann Doppelpunkt nehmen und dann einfach Vertrieb, Vertrieb. So, und wenn wir uns das dann einmal angucken, dann sehen wir, dass die einzelnen Verzeichnisse jetzt den einzelnen Gruppen auch zugewiesen sind. Jetzt möchten wir aber, dass die Buchhaltung auch tatsächlich innerhalb ihres eigenen Verzeichnisses schreiben darf. Und das können wir mit Change Mod machen. Und da würden wir sagen, dass die Gruppe, die mit G abgekürzt wird, noch zusätzlich das Recht Schreiben bekommt auf das Verzeichnis Buchhaltung. Das heißt, G, also die Gruppe, kriegt noch mit dem Plus, es gibt äquivalent dazu auch ein Minus, damit nimmt man dann das Recht weg, das Schreibrecht auf Buchhaltung. Wenn wir das einfach mal machen, dann sehen wir jetzt, dürfen die Mitglieder der Gruppe auch da reinschreiben. Das heißt, Dateien da drin anlegen und auch Verzeichnisse da drin erstellen und auch löschen. Das wird hier jetzt dann nicht differenziert. Dafür braucht man dann andere Tools, womit man das machen kann. Das ist aber dann für Fortgeschrittene. Also, die Buchhaltung darf darauf zugreifen. Wir können aber, und das machen wir jetzt für Produktion, auch die Rechte explizit setzen. Wir könnten jetzt sagen, die Gruppe soll Lesen, Schreiben und in das Verzeichnis Wechseln Rechte haben auf Produktion. Und wenn wir uns das dann angucken, wird genau genau das selbe gesetzt. Für den Vertrieb machen wir das selbe. Und dann sehen wir, dass die Rechte an der Stelle schon mal korrekt gesetzt sind. Der zugehörige Benutzer darf da drin schreiben und lesen und rein wechseln, die Gruppe auch. Der Rest der Welt darf nur rein und lesen. Jetzt wollen wir aber vielleicht gar nicht, dass die anderen Leute da drin irgendwas angucken können. Ja, Buchhaltung ist vielleicht ein Thema, wo die anderen nicht rein dürfen. Dann können wir die Rechte einfach wegnehmen mit Change Mod O für Other minus oder gleich nichts und dann Buchhaltung. Und wenn wir uns das dann angucken, dann kommen hier diese drei Striche. Wir könnten jetzt aber auch sagen, Change Mod O minus RWX Produktion. Das heißt, wir entfernen Lesen, Schreiben und rein wechseln. Es ist jetzt nicht wichtig, dass hier Schreiben nicht ausgeführt wird. Das führt zu keinem Fehler oder so. Produktion. Und dann sehen wir, es dürfen auch keine anderen Leute mehr da rein wechseln. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Vertrieb. So. Und jetzt sehen wir, dass die Rechte soweit erstmal in Ordnung sind. Ich vermassele jetzt nochmal die Rechte ein bisschen, indem ich hier den Vertrieb nochmal, ups, bei allen Rechten, also für alle Leute auf diesem System die Rechte zuweise. Dann lässt man halt G oder U oder O weg, sondern macht nur ein Plus RWX. Das gilt dann auf alle drei Spalten hier. So. Oh, oder auch nicht. Normalerweise hätte der jetzt das aus der Ups setzen sollen. So, machen wir es einfach mal so. Genau. Und jetzt wollen wir hier für alle Leute einmal die Rechte richtig setzen. Das geht auch Komma separiert tatsächlich. Change Mod U soll RWX haben, Gruppe soll auch RWX haben und Other soll gar nichts haben. Und so können wir dann letztendlich da verschiedene Rechte Zuweisungen in eine Zeile reinschreiben. Soweit, so klar sollte das eigentlich sein. Ist relativ einfach. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, es gibt einen Benutzer, ich gucke mal, ob wir überhaupt irgendeinen Benutzer hier drin haben. Ne, wir haben keinen. Legen wir mich mal an. Add User Thorsten minus G Wheel minus G Buchhaltung minus C Thorsten Geppert minus S TCSA minus M So. Jetzt haben wir einen Benutzer. Wenn wir uns den einfach mal angucken, dann sehen wir, seine Hauptgruppe ist Wheel, das braucht man, um SU zu werden und ich bin aber auch in der Gruppe Buchhaltung drin, das heißt, ich darf da gleich dann auch rein wechseln und jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, die Buchhaltung soll dem Chef beispielsweise der Buchhaltung auch gehören. Dann könnten wir es mit Change Owner Thorsten Buchhaltung machen und dann würden wir sehen, dass mir dieses Verzeichnis gehören würde und ich hätte aber jetzt hier an der Stelle genau dieselben Rechte, wie auch die Buchhaltung sowieso hat. So, aber jetzt hätten wir es dann ein bisschen genauer aufgeteilt und wir wüssten, so, ich bin jetzt der Chef der Buchhaltung, ich bin da drin, ich darf vielleicht ein bisschen mehr machen als andere, wenn wir später noch ACLs benutzen oder wenn wir zum Beispiel sagen würden, ich lege jetzt ein Verzeichnis an, zum Beispiel was News oder wenn wir auf Deutsch sind, bleiben wir bei Neuigkeiten machen und dieses Verzeichnis würde auch tatsächlich mir gehören, Change Owner Thorsten, Neuigkeiten und nur ich sollte darin schreiben können und alle anderen auf der Welt sollten aber lesen können. Das heißt, wir würden dann Change Mod U plus, nee, U gleich RWX, G gleich RX und Other auch gleich RX, huch, sollen R sein, RX-Neuigkeiten sein, dann hätten wir das so gesetzt, dass ich könnte jetzt hier drin irgendwelche Texte einstellen, huch, achso, ich gehe mal als ich rein, ähm, beispielsweise, ähm, äh, was, was machen wir denn hier, äh, am Wetter oder sowas, so, jetzt müssen wir ein bisschen wieder rauszoomen, sonst sehe ich meinen Editor nicht, so, ist gar nicht so einfach, so, äh, Wetter für heute, 20 Grad oder sowas, ähm, wir beachten die Rechtschreibfehler nicht, so, und jetzt, ähm, sehen wir, dass ich das tatsächlich dann auch schreiben darf, die anderen dürfen es hier nur lesen, das sind dann die Standardrechner, ist dann die U-Mask, aber auch das ist ein Thema für, äh, ein fortgeschrittenes Video, wie hier die Rechte automatisch gesetzt werden, könnt ihr euch vielleicht mal, äh, ergoogeln und in die Man-Page von U-Mask gucken, aber ich dürfte jetzt hier drin halt rumschreiben, jemand anders, ich glaube, wir haben einen User, der Test-Tease, genau, der könnte sich das dann auch angucken, ne, wird er für heute, 20 Grad, aber wenn er jetzt hier Echo, Hallo, nach Test machen würde, dann sollte das eigentlich nicht gehen, Ach, ich bin ja immer noch ich, hoch, ja, äh, hat nicht geklappt mit, äh, SU-Test, oder bin ich blind? Ja, hat nicht geklappt, ähm, machen wir es anders, machen wir mal, ähm, pw-add-user-erwin, ist auch in Wheel drin, ist aber vielleicht, ähm, in der Produktion drin, das ist der Erwin Mayer, kriegt auch die TCS, und das Verzeichnis wird erstellt, und ich mache mal SU-Erwin, so, und, äh, gehe auch mal nach Server-Neuigkeiten, so, dann kann ich mir das Wetter angucken, aber Echo, Hallo, nach Test, ne, geht nicht, weil ich habe da nun mal einfach keine Rechte drin, kann mir aber halt die Sachen angucken, und natürlich auch rauskopieren, wenn ich das möchte. So, der User darf aber jetzt tatsächlich, ich mache nochmal, am Erwin, CD-Server, wenn wir uns das hier angucken, darf er zum Beispiel, ähm, wenn wir uns hier das nochmal mit ID angucken, in der Produktion, sollte er nicht in Vertrieb dürfen, aber er darf in Produktion, und er darf da auch Verzeichnisse und so weiter anlegen. Während ich als Thorsten nicht in die Produktion rein darf. So, das sind so die Basisrechte, die man so letztendlich hat. was man jetzt noch wissen muss, ist das ChangeMod, ups, immer auf, so, mit ChangeMod, ähm, machen wir immer die Rechte auf nur ein Datei oder ein Verzeichnis, aber nicht auf den Inhalt des Verzeichnisses, das sollte man noch im Hinterkopf behalten, man kann dann den Inhalt des Verzeichnisses rechtemäßig ändern, mit, ich bin da nicht drin, so, mit minus R für rekursiv, und dann kann ich natürlich die Rechte, ähm, zum Beispiel G minus R X, und dann, äh, das Verzeichnis, ich mach das nur mal so exemplarisch, auf auch alle Dateien und Verzeichnisse unter Buchhaltung setzen. So, viele sehen in Beispielen beispielsweise sowas, 7, 5, 5 Verzeichnis, und da muss man wissen, ist relativ einfach, ähm, vielleicht holen wir noch mal einen Texteditor, so, wir haben, äh, kaskadierende Rechte, also die, die rechnet man zusammen. Null ist kein Recht, dann 1 ist ausführen, also execute, dann 2 ist schreiben, 3, äh, Quatsch, ja dumm, 4 ist lesen, so, also, wenn ich dann sage, ich mache change mod, ähm, U, G, nee, U gleich RW X, G gleich RW, O gleich RW, wäre das dann äquivalent zu change mod, und dann wäre das erste, der Benutzer, so, der soll lesen, schreiben, ausführen können, das heißt, wir zählen hier die Zahlen einfach zusammen, addieren den ganzen Kram, das wird dann eine 7, dann kommt die Gruppe, die soll lesen und, achso, ich wollte eigentlich lesen und ausführen, so, so, 1 plus 4 ist 5, und dann nochmal für Other auch, 1 plus 4 ist 5, und dann das Verzeichnis, so kann man dann relativ schnell die Rechte setzen, wenn man sich das so ein bisschen einverleibt hat. Das sind so die Basisdinge, die man so zu diesem Rechte-Management wissen muss, wir werden in einem fortgeschrittenen Kurs dann auf genauere Rechte und Spezifika und so weiter eingehen, uns auch mal Change Flags und sowas angucken, UMASK, ACLs und das ganze Sticky-Bit-Zeug und Set UID, Set GID und so weiter, aber das soll erstmal hier ein bisschen so leichter, oberflächlicher Überblick sein, womit wir uns das alles einfach mal angucken können. So, dann danke ich erstmal fürs Zugucken und sage bis bald. Tschüss!